Vers 10 Die das materielle Kausalprinzip verkörpernde Person, der mächtige Herr dieser materiellen Welt, Shambhu, in Klammer Maheshwara, ist in Form des männlichen Zeugungsorgans mit seiner weiblichen Gefährtin mit der das instrumentale Kausalprinzip verkörpernden begrenzten Energie, in Klammer Maya, vereinigt. Der Weltenherrscher Maha Vishnu erscheint in ihm durch seinen subjektiven Teil in Form seines Blickes. Erläuterung In der durch majestätische spirituelle Pracht gekennzeichneten Region der transzentralen Welt, Paravyoma, resitiert Shri Narayana, der von Shri Krishna nicht verschieden ist. Maha Shankarshan, das genaue Ebenbild und die persönliche Emanation Shri Narayanas, ist gleichzeitig eine vollständige Teil-Emanation der mit Schöpfungsaufgaben betrauten Verkörperung Shri Krishnas. Fußnote 11 Durch die Macht seiner spirituellen Energie wirft eine vollständige Teil-Emanation Maha Shankarshanas, die ewig im neutralen Viratja-Strom ruht, Fußnote 12 Maha Vishnu, die Grenzlinie zwischen den spirituellen und weltlichen Reichen, bei der Schöpfung seinen Blick auf die begrenzte Schattenenergie Maya, die weit entfernt von ihm ist. Daraufhin folgt Sid Shambu, der Herr des Urprinzips aller primordialen materiellen Elemente, Pradhana, der mit Rudra, dem dämmerigen Abglanz des göttlichen Blicks des höchsten Herren identisch ist, seinen Verkehr mit Maya, dem instrumentalen weltlichen Kausalprinzip. Er kann jedoch nichts unabhängig von der Energie Maha Vishnus tun, der die direkte spirituelle Macht Krishnas repräsentiert. Folglich tritt das Prinzip des Mahat, des verzerrten Erkenntnisvermögens, nur dann ins Dasein, wenn die vollständige Teil-Emanation Krishnas, nämlich der urerste göttliche Avatar, Mahavishnu, in Klammer, die persönliche Emanation Shankarshanas, der wiederum eine persönliche Emanation Krishnas ist, die aktiven gemeinsamen Bemühungen von Maya, in Klammer, Shivas Shakti, das heißt Gefährtin, und Pradhana, in Klammer, das Hauptprinzip weltlicher Kausalität, mit seiner Gunst segnet. Folglich tritt das Prinzip des Mahat, des verzerrten Erkenntnisvermögens, nur dann ins Dasein, wenn die vollständige Teil-Emanation Krishnas, nämlich der urerste göttliche Avatar, Mahavishnu, die aktiven gemeinsamen Bemühungen von Maya und Pradhana mit seiner Gunst segnet. Fußnote 13 Das Mahat-Tattva, die unmanifestierte materielle Energie Als Mahat wird hier auch die illusorische Geisteshaltung der bedingten Seele in der materiellen Welt bezeichnet, selbst ein unabhängiger Schöpfer zu sein. Auf die Initiative Mahavishnus hin erschafft die Gefährtin Shivas nach und nach das weltliche Ego, Ahankara, Die fünf materiellen Elemente, Butas, angefangen mit dem Raum, Eta, deren Merkmale, Tanmatras, und die begrenzten Sinne der bedingten Seele, Jiva. Die integralen Partikel, die in Form von Strahlenbündeln von Mahavishnu ausgehen, sind die individuellen Seelen, Jivas. Dies wird in den nächsten Versen näher erläutert.